Hallo, liebe VVS. Ich bin Batman. Ich habe ein Auto und jetzt packe ich nachts in der Garage. Aber wo schlafen eigentlich Züge? Hallo, liebe Kinder. Vielen Dank für eure Frage. Wo schlafen eigentlich die S-Bahnen? Wir sind heute zusammen in der Werkstatt in Blochingen, wo unsere Fahrzeuge repariert und sauber gemacht werden. Alle anderen Fahrzeuge befinden sich in Parkanlagen, Parkplätzen draußen, wo die Lokführer und Lokführerinnen die Fahrzeuge in den Schlafmodus setzen, damit sie für euch, um zum Kindergarten, zur Schule zu kommen, am Morgen wieder fit sind. Bis zum nächsten Mal.